Ja, ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten, nach Europamalterschaft, wo wir 3-2 gewinnen konnten, was war natürlich klar, dass es ein schweres Spiel für uns wird. Für mich persönlich natürlich sehr glücklich, dass ich zweimal 3-0 gewinnen konnte, dass ich der Mannschaft helfen konnte und jetzt zum Schluss einen Schlusspunkt machen konnte. Ja, ich hätte natürlich gewünscht, dass es ein bisschen klarer ausgeht, aber ich denke, wir sind trotzdem, wie wir in das Turnier gestartet haben, ohne Verlust erster gewonnener Gruppe, das ist die Hauptverhalts gewesen. Und Schwung haben wir einen Tag Pause, das ist wichtig, nochmal alle fokussieren, nochmal den Körper ein bisschen auf Vordermann bringen, sodass wir dann Vollgas geben beim Viertelfinale.